Das ist eine Aufgabe für den lustigen Schuppen des Königs. Anhand wirst du dich lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheit. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Munchen no Jutsu. Süß. Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Na, dann muss ich mal gegen das Arsch noch an. Siege den Dieb, Craig. Ich helfe dir, Craig. Okay, ich bin dann das Direktorat. Du kriegst das hin. Ah, so, äh, was? Na gut, wir versuchen mal was. Komm, wir rufen mal Gläschen an. Oh, shit, nein! Ja, Bix, du bist tot! Danke. 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 Ah, es sind alle da. Zweimal sogar. Das sind definitiv zu viele von uns. Glitzzeit. Ah, cool. Mal sehen, wir zuletzt ab. Mir ein Glitz. Ah. Ich bin dran. Nein. Mann! Oh, dieses. Sag, ich buch ganz direkt nur einen Controller. Das war's, Rückser. Oh, scheiße. Topfer gekämpft, Kamerad. Ich werde dich treffen. Kommt, da scheiße, Juden, halt. Das ist ein dunklen Hofes. Es hilft mir diese Arschlöcher zu besiegen. Ja, für den König. Du bist ein starker Gegner vergangen. Nichts, aber du wirst treu. Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht. Wow, vergangenheit, keiner hat so'n cooles Kostüm. Was ist passiert? Okay. Ich verlass mich auf dich. So. Was war denn jetzt? Hier ist noch nicht so. Ich hab' mich scheinen. Du bist dran, neuer. Schuhe? Sehr gut. Das tat weh. hier wird er 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 ist schon besser wir sind zurück nie wieder vor dem könig wie seid ihr überhaupt hier gelandet was gescheuert ist es euch nicht eingefallen ich bin nicht so leicht Alles wegen Kartmann. Also los! Mann! Nein, nein! Reiß nicht zusammen! Vielleicht muss man ihn eher zusammenflicken. Fresser! Nein. Garantiert nicht. Nein. Ich spreng aber mal. Das ist zu meiner Welt. BAM! Hey, wartet mal. Ich hab Angst, dass Gott irgendwie wirklich stirbt. Wenn ich nicht dein schönster Albtraum bin, will ich's werden. Geh doch mal weg da. Scheiße, bringt mir nix. Ich will nicht kenne unbedingt jetzt Opfer. Nee, 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 nee. Wie weit aus der Zukunft kommt hier? Oh, viele, viele Tage. Los. Ich zerstöchere sie für dich, König. Ich bin mehr heiler als Kämpferleute, obwohl ich beides kann. Niko-Akkursion! Schlarki! In your face! Wer will die ultimativen Aktion von den coolen Typen sehen? Hm, gehen wir mal. Okay. Scheiß Flieger. Ich mag ihn. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Für dich ist es zu spät, frühere Sech, aber du kannst dir das alles herspart. Wenn dir Freude sucht die dicht. Ja! Schrauben! Hä? Ich bin so geil. Und Frieden Kalt oder cool, Frank. Ich find dich cool. Oh, das ist doch zweimal. bämm das Problem ist zark, blutend ich hab mich in den Kerl, das heißt ich muss heilen so Mist, ah warte mal ah ne, scheiter, nein, ich hab davon keins mehr wieso gebe ich mich überhaupt mit euch an scheiße, was mach ich denn jetzt mach weiter so Jungs war das bloß ein Klon, nicht er selber nein nein verfickt nein, ich hätte ihn zurückholen können oh, ich bin so doof oh scheiße, ich bin so doof, ich hätte ihn zurückholen können ich bin so ich bin so ich bin so Mysterium zurück ich krieg den scheiß Wichser nicht klein also wo geht er hin nein, ah, ich bin so scheiße im Kopf Uhr wird Mysterium zurückholen ja wunner Allah was kannst du knicken mein Freund den Zug überspringen wir mal ganz flott so, Problem Ich hab eigentlich verkackt, schon wieder. Ah. Klar. Nein, geht nicht. Dieser Scheiß, ey. Das Problem, ich muss jetzt definitiv mich heilen. Oder irgendwie ihn zurückholen. Ah, das will ich ja schon. Was ist denn bei dir los? Oh, das sieht schmerzhaft aus, Neuer. Okay. Okay. Ich hab da den Sonnenhaus ab. Äh, ich hab verkackt. Oh, Mann. Wie soll ich denn das hinkriegen? Oh, Scheiß. Wie soll ich denn das hinkriegen? Was hab ich denn noch? Nein. Das ist Verbrennung und angewidert. Okay. Und dann... Okay. 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 Okay, ich bin noch dann fertig. Dieser Punkt ist davon线 hier in 20,0ained oder ewig. So. Ich angası Bibeln, Herr. Da war jetzt verschweißt aus Game superhero und die mehrere neue, 9,8 und 2. 30,95 und 2. Schüssige Be could com-2,905,000mw. 10,905,100mw. Und BAM! Da füllen wir ein Schild. Ich geb mir ein bisschen Blut. Zwei, tut das alle? Ein. Dann nimm ich so. Zwei, drei. Das ist wichtig. Ich geb den wixalenten Treffer. Scheiße, wixalenten Treffer. So, der drei. Schatzwechsel. Wer hat hier denn alles bestellt? Ach, schatzwechsel. Ach, schatzwechsel. Ach, schatzwechsel. Ach, ich bin okay. Schatzwechsel. Los geht's, Neuer. So. Fest auf! So. 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 Ja, aber... Genau das, was ich wollte. Boah. So. 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 und der plan problem problem die schon ein paar kleine weg noch wann der stadt der wahrheit ist übrigens nur ein höherer stock du bist nur sauer weil es stimmt so also sei sie egal wer von beiden und Da war die gleiche Scheine, was man auch kratzt. Ach man, ist noch dran gewesen. Mist. Mist! Ja, du wirst. Ich muss mal ne Fürze eigentlich... Ich bin dran! So. Ja. Das ist richtig. Ende Gelände! Oh scheiße! Tapfer gekämpft, Kamerad! Ich will nicht weg! Wachen des dunklen Hofes, helft mir diese Arschlöcher zu besiegen! Ja! Ja, für dich König! Du bist ein starker Gegner, vergangenes Ich, aber du wirst fallen! Selbst mit deinen Wachen schaffst du uns nicht! Wow, Vergangenheitskeil hat so ein cooles Kostüm! Was ist passiert? Kay! Eigentlich müsste ich zuerst Kay!